wir befinden uns hier in der paleontologischen präparationswerkstatt und dieses stück hier ist eins der neueren stücke aus der paleontologischen sammlung und dabei handelt es sich um eine ich sag mal knapp 200 kilogramm schwere gesteinsplatte aus dem steinbruch mammendorf bei magdeburg und das ist ein besonderes stück warum was ist daran besonders wenn man sich die oberfläche der gesteinsplatte anschauen sieht man da ganz interessante strukturen drauf und dabei handelt es sich um kratzspuren scharspuren von einer ausgestorbenen gruppe von reptilien und das ist eine besonderheit weil solche scharspuren solche grabspuren gibt es sonst nicht aus dem deutschen raum nicht aus diesem zeitabschnitt und wenn man genauer guckt kann man auch die andere details sehen man sieht beispielsweise solche risse hier das sind trockenrisse die beim austrocknen einer fixe entstanden sind man sieht so dass rundlich hier oder halb und hier unten das ist eine stelle wo der spurenerzeuger die fläche durchbrochen hat also quasi wie eine art durchstoßloch und wenn ich mir diese scharmuster anschaue sehe ich dass es also immer das ist immer also aus verschiedenen parallelen ich sag mal kanten oder graten besteht und nun fragt man sich wenn es ein scharspuren ist ja eigentlich eine vertiefung sein und das hat damit zu tun dass das nicht die eigentliche fläche ist wo die tiere quasi drin geschart haben sondern dass quasi die die platte die oben drauf gelegen hat und in die auf dieser platte ist quasi diese scharen oder dieses kratzen erhalten geblieben ein besonderes stück 2018 gefunden im steinbuch mannendorf ein weiteres detail was ganz interessant daran ist ist wir sehen dass es relativ breite spuren gibt und dann sehen wir auch dass es schmalere gibt das heißt da haben vermutlich größere und kleinere individuen größere und kleinere tiere zusammengeschart man könnte meinen dass das eine vielleicht die jungtiere gewesen sind das andere die erwachsenen tiere